Schätze der Gnade Kurze Andachten aus dem Englischen übersetzt Diese Andacht stammt von J.C. Ryle und heißt der Finger Gottes Kurz vorweg, Herr Ryle hat diesen Beitrag geschrieben, als die große Viehseuche im 19. Jahrhundert in England herrschte. Ist die Überschrift dieses Artikels nicht wunderbar? Nimm dir diese Worte zu Herzen. Diese Worte wurden vor mehr als 3000 Jahren von heidnischen Menschen gesprochen. Sie fielen den ägyptischen Magion von den Lippen, als Gott eine der berühmten Plagen über das Land Ägypten schickte. Da sprachen die Zauberer zum Pharao. Dies ist der Finger Gottes. 2. Mose 8, Vers 19 Es wäre gut, wenn wir alle so weise wären wie diese Ägypter. Woher kommt die Viehseuche? Ich antworte, ohne zu zögern, dass sie von Gott kommt. Er, der alles ordnet im Himmel und auf Erden. Er, durch dessen weise Vorsehung alles gelenkt wird und ohne denen nichts geschehen kann. Er ist es, der diese Geisel über uns gesandt hat. Es ist der Finger Gottes. Ich werde keine Zeit damit verbringen, diesen Punkt zu beweisen. Ich verweise jeden, der einen Beweis verlangt, auf den ganzen Wortlaut der Heiligen Schrift. Ich bitte ihn zu notieren, wie immer wieder von Gott als dem Herrscher und Verwalter aller Dinge gesprochen wird, vom Allerkleinsten bis zum Allergrößten. Wer hat in den Tagen Noas die Sintflut über die Welt gesandt? Es war Gott. Wer schickte die Hungersnot in den Tagen Josefs? Es war Gott. Wer sandte unter der Herrschaft des Pharaos die Pest über das Vieh Ägyptens? Es war Gott. Wer sandte die Seuche über die Philister, als die Bundeslade unter ihnen war? Es war Gott. Wer hat die Seuche in den Tagen Davids geschickt? Es war Gott. Wer schickte die Hungersnot in den Tagen von Elisa? Es war Gott. Wer sandte den stürmischen Wind und Sturm in den Tagen des Jona? Es war Gott. Ich kann nicht verstehen, wie jemand als Bibeltreu bezeichnet werden kann, der Gottes Vorsehung über seine Welt leugnet. Was mich betrifft, so glaube ich fest daran, dass Gott sich nicht geändert hat. Ich glaube, dass er jetzt alle Dinge genauso regiert, wie er es in den Tagen des Alten Testaments tat. Ich glaube, dass Kriege, Hungersnöte, Pestilenzen und Viehseuchen alles seine Werkzeuge sind, diese Welt in seiner Weisheit zu führen. Und wenn ich daher eine Geißel wie die Viehseuche sehe, habe ich keinen Zweifel daran, von welcher Hand sie kommt. Es ist der Finger Gottes. Hält jemand meine Behauptung für absurd und unvernünftig? Ich habe keinen Zweifel daran, dass viele dies tun. Viele, so vermute ich, sind der Meinung, dass Gott sich niemals in die Angelegenheiten dieser Welt einmischt und dass Plagen und Viehseuchen nur das Ergebnis bestimmter Naturgesetze sind, die immer bestimmte Auswirkungen haben. Ich habe Mitleid mit dem Mensch, der so denkt. Ist er ein Atheist? Glaubt er, dass diese wunderbar gestaltete Welt durch Zufall zusammenkam und keinen Schöpfer hatte? Wenn ja, ist er ein sehr leichtgläubiger Mensch. Aber wenn er glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat, wieso, frage ich mich, ist es dann absurd zu glauben, dass Gott die Welt regiert? Wenn er zulässt, dass Gott das Universum gestaltet hat, warum lässt er dann nicht zu, dass Gott der Herrscher des Universums ist? Weg mit diesem modernen Skeptizismus. Jesus, das ist beleidigend und widerstrebt dem gesunden Menschenverstand. Hört nicht auf die Leute, die versuchen, den Schöpfer aus seiner Schöpfung herauszudrängen. Er, der die Welt am Anfang durch den Finger der Weisheit schuf, wird nie aufhören, die Welt durch den Finger seiner Vorsehung zu regieren. Diese Viehplage ist der Finger Gottes. Das hatption verenthalt. Das war die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020